Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Survival Games, ja, ähm, wir wollten mal, okay, egal, können wir nicht mehr, ich hab Schäder an, so als Symfo und, nach, keine Ahnung, 5 Monate, nee, so viel ist bestimmt nicht, aber, hier gibt es endlich mal wieder Minecraft, bei dem Kanal, äh, egal ob es jetzt Survival Games, Hardcore Games, oder sonstige Scheiße ist, das ist halt Minecraft, und das gab es seit lange nicht mehr, und, ab zur Mitte, äh, hä, okay, das sind, wieso sind es Ender Chests, okay, ich hab irgendwie seit Jahren nicht mehr gespielt, ich lauf lieber direkt wieder weg, äh, wie immer, die Schutzzeit endet in, äh, 20 Sekunden, in 10 Sekunden, wir laufen lieber weg, ein bisschen, äh, okay, hier ist eine Kiste, ich leh lieber alles mit, ich hatte eigentlich nur eins genommen, aber, ja, lieber alle, äh, als eins davon, lohnt sich mehr, äh, da war, glaube ich, eine Kiste wieder, die haben die eh schon alle entlernt, nee, ich bin bestimmt eher, äh, der Erste hier, okay, den, dann packen wir den Klippen, komm, Scheißen Dreck, okay, Scheißen Dreck, ja, wir machen dann nochmal eine Runde, Leute, also dann, so, wir sind jetzt bei der zweiten Runde, vorhin gab es 24 Spiele, diesmal gibt es nur 8, äh, ich spiele in der 1, 7, 2, deswegen habe ich irgendwie diesen verdrehten Skin, kennt ihr bestimmt, äh, wegen Schädern, ich finde irgendwie die 1, 8, die ist nicht so gut, die hat gute Sachen drin, aber, da habe ich viel gelesen, dass es nicht mehr funktioniert, und das hatte ich auch gesehen, selber gesehen, äh, Teams in dieser Gruppe vor, okay, 3, 2, 1, und schnell, bei uns schnell weg, diesmal sind wir besser, wenn wir diesmal schlechter sind, dann werde ich nicht mehr am Minecraft spieren, nee, Spaß, äh, da ist die Kiste, anziehen, und direkt wieder woanders hin, ja, also es leckt ein bisschen, hätte ich nicht gedacht, äh, Gibt's hier was? Ah, scheißen Dreck, wir waren hier schon, scheißen Dreck, wir waren hier schon, wieso ist hier so dunkel, Alter, ich kann das nicht ausstehen, wenn es so dunkel wird, und diese Schatten fehlt, das sind, die sind so, auszurasten, da ist wieder eine Kiste, oder? Nee, wir sahen so aus, scheißen Dreck, alter Dreck, alter Dreck, alter, das laber ich wieder, ähm, wie kommt man hier hoch, kann man nicht überhaupt hoch, kann man eh nicht, ähm, ja, ich mache mich irgendwie voll dumm hier, weil nicht Minecraft spielen kann, ich bin viereckig, hab einen Kopf, der viereckig ist, äh, ah, da, eine Kiste, Pfeile, ich habe aber keinen Bogen, also, lohnt sich das eh nicht, irgendwie, dass ich das Teil hab, äh, die ganzen Pfeile da, ähm, ich gehe nach da, ich habe irgendwie 30 FPS, äh, scheißen Dreck, ich bin wieder runtergefallen, dann gehen wir lieber weg, ja. So, erstmal einen Apfel fressen, und dann wieder woanders hin, das ist mit 8 Leuten, das leben 6 nur, kann sein, das ist nur so wenige sind, ich habe einen Bogen, pack das mal auf Platz 1, das auf 3, und jetzt suchen wir mal Spiller, äh, ist 61 Blöcke entfernt, 57, 51, dann gehen wir einfach mal nach da, äh, hier gibt es bestimmt irgendwas, deswegen gehen wir erstmal hier nach oben, ok, 5 Spieler bleiben, werden wir bestimmt gewinnen, das, äh, Spiel, äh, hier war jemand, Son, uh, packen wir nicht, soll er den killen, killen tun, killen, den Typen, weiß ich nicht, ob ich kann, tot, kann, tun, ich glaube, man kann nicht zurückgucken, scheißen Dreck, ok, der war aber, das war aber gut, der Typ war gut, also der hatte so einen richtig Hinterhalt gemacht, und war gut, das kann ich sagen, tun, äh, gucken wir uns jetzt nicht an, ich gehe wieder zur nächsten Runde, was dann bis, ist, so, wir sind jetzt bei der letzten Runde, Leute, ähm, es wird auf Arcadia gespielt, wir sind wieder acht Leute nur, die haben irgendwie voll, angegeben mit ihren Grafikkarten und, äh, ihren Abonnenten-Typen hier, ähm, ja, ich hatte bestimmt auch so viel, wenn ich nicht Minecraft gemacht hätte, so viele Jahre, ganze Jahre verschwendet, nee, kein Spaß, ok, Sponshow war auch nicht das Schlauste, das ich in meinem Leben gemacht habe, aber, shit, nein, schlau, das ist so richtig slow gewesen, ich bin runtergefallen, und, äh, ja, Leute, ich glaube, ich bin nicht mehr für Minecraft geeignet, ich kann nicht mehr viereckig sein, ich muss dann mit der Folge, schluss tun, sein tut, und, ja, also, das war's dann, mit dieser, äh, ja, will ich Runde, wir sehen uns dann, äh, Survival Games, wir sehen uns dann, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir gucken uns Tutorials an, nee, Spaß, ja, also dann, äh, sagt mal, soll ich wieder Minecraft ein bisschen machen, also, nicht jeden Sonntag, sondern halt, aber doch machen, nicht so wie davor, dass ab und zu mal vielleicht was kommt, vielleicht zweimal im Monat oder so, solche Sachen, und mit anderen Leuten auch, äh, es wird aber auch halt auch GTA dann kommen, hab ich auch beim anderen später gesagt, ja, also dann, tschau Leute, bis zum nächsten Mal aus, dann tschau. Musik Musik